Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Runde PUBG Mobile. Heute mal etwas anderes Format. Ich spiele nicht mehr am iPad, wie ihr vielleicht seht. Ich habe aber, dadurch, dass ich das ausprobiert habe, meinen alten Account wiederbekommen. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr Level 10, sondern Level 27. Das ist jetzt nicht der Mega-Unterschied, aber wir nehmen es natürlich. Ich muss mich allerdings jetzt, dadurch, dass ich am Handy spiele, an die etwas andere Steuerung gewöhnen und muss ein bisschen gucken. Das ist natürlich jetzt alles kleiner. Man sieht natürlich jetzt nicht mehr so viel. Deswegen müssen wir erst mal schauen, wie man jetzt damit klarkommt, wie wir überhaupt was reißen können und so weiter und so weiter und so weiter. Aber immerhin ist es jetzt ein etwas cooleres Format als dieses komische hochbreite Dings da vom iPad. Ich muss aber mal ganz kurz... Ich wollte gerade sagen, man hört ja schon Schüsse. Da muss ich natürlich jetzt ein bisschen auf der Hut sein. Aber das kriegen wir schon geregelt. Ja, ich lasse mal jetzt alles mitnehmen. Brunnen und Helm. Da liegt einer. Sehr schön. Rucksack wäre auch nicht verkehrt. Da liegt einer. Ja, sehr schön. Immer wenn ich es gerade sage, dann kriegen wir es schon. Das ist doch nicht verkehrt. So, Muni nehmen wir mal mit. Oh, da rechts war noch irgendwas. Man hört ja jetzt den Sound relativ gut aus den Richtungen. Habe ich gerade geschossen. Das könnte durchaus sein, ja. Ja, ich habe relativ für dieses Display gerade echt Wurstfinger, muss ich sagen. Muss man schon so ein bisschen gucken. Das ist natürlich dann am iPad echt ein kleinerer Vorteil, sage ich mal. Oder vielleicht auch ein größerer Vorteil, wenn man ein bisschen mehr Platz hat zum Drücken, ne. So. Gucken wir mal, wie es jetzt hier so aussieht. Bisher haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Vielleicht noch eine Scar, wäre geil. Aber sonst kommen wir hier schon klar. Ich ducke mich eigentlich gerade die ganze Zeit. Ne, ne. So. Wir müssen jetzt so ein bisschen nach rechts oben, habe ich richtig gesehen, ne. Ich will nicht wieder die ganze Zeit laufen müssen. Dementsprechend müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wo wir uns jetzt hinbegeben. Und dass wir da auch uns zeitnah hinbegeben am besten. Da hinten ist jemand. Gut. Er ledigt. Ich habe auch noch wo Schüsse gehört. Müssen wir uns ein bisschen orientieren. So. Wir nehmen alles mit. Alter, das eine Visier ist echt schon zu krass fast, das hier. Zumindest für Nahkampf. Da waren auch irgendwo Schüsse. Ja. Ich weiß aber gerade nicht genau wo. Ich bin hier irgendwo so in die Richtung. Ich gucke eigentlich genau hin jetzt, ne. Oh. Hoppala. Das war nicht geplant. Hat der Typ noch mehr Muni eigentlich? Ich weiß gar nicht, was ich dafür welche brauche. Ich nehme es einfach mal mit. Ich habe nichts mehr genug. Kein Platz mehr. Red Nose. Ah, komm. So. Hier war doch gerade irgendwo was, oder? Da. Yes. Erwischt. Erwischt. Nummer 2. 41 leben noch. Das geht doch eigentlich schon wieder ganz gut los. Nehmen wir mal hier alles. Da ist eine Skar. Alles klar. Sehr schön. Zack. Hat hier jetzt ein ordentliches Visier. Oh, das ist schon wieder zu krass fast, ne. Aber gut. Wir müssen das mal so hinnehmen. Ähm. Muni haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich. Und jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen, da unten war doch was gerade, oder? Ja. Wenn man jetzt wüsste, wo der hin ist. Wenn man jetzt wüsste, wo der hin ist. Naja, der. Den werden wir da hinter dem Bäum nicht sehen. Der kann sonst wo hinlaufen. Hauptsache, er kommt nicht hier vorne hin. Ich höre ein Moped. Da ist jemand. Yeah. Erwischt. Der hat uns nicht gesehen. Der kam aber mit dem Motorrad an. Ich glaube nicht, dass das ein Bot war, übrigens. Da unten ist auch Schießerei. Das sehe ich aber nichts. Da sehe ich nichts mehr. Ich sehe jemanden. Er steht aber nur noch da rum. Habe ich denn erwischt? Ja. Vier Kills. Alles klar. Der stand ganz da hinten. Äh. Jo. Gut. Kann man mal machen, ne? Wahrscheinlich gerade AFK. Jetzt höre ich aber was. Oh, da. Ja. Noch reagiert. Alter. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Gegen die Bots. Also es sind übrigens wirklich nicht mehr. Es können nicht mehr alles Bots sein, übrigens. In meinem Rucksack so viel Scheiß drin wahrscheinlich. Ich muss mal. Das kann weg. Alle ablegen. Das kann weg. Alle ablegen. Und das kann weg. Alle ablegen. Die brauchen nämlich alle nicht mehr. So. Ähm. Ich nehme jetzt mal Energy. Und ich kann die Kisten ja mal hier liegen lassen. Ich weiß ja, dass ich die hier habe. Von daher. Wie sieht es denn überhaupt aus? Oh. Wir müssen einen Millimeter laufen. Heißt ja, wir müssen unseren Platz hier verlassen. Das war eigentlich ganz geil. Aber wir machen uns einfach mal direkt auf den Weg, um hier nicht so viel Zeit zu verplempern. Letztens schrieb natürlich einer, sein Rekord wäre 30 Kills. Das heißt, er hat quasi ein Drittel der Gegner selber getötet. Wenn es so sein sollte, Respekt. Aber das ist natürlich auch relativ utopisch. Ich sag mal. Wir haben jetzt von 78, die gestorben sind, 5 getötet. Das ist doch schon mal in Ordnung. Alter. So, wir gehen aber erstmal weiter ein bisschen und gucken, dass wir uns einen neuen erhöhten Punkt suchen, um uns nochmal ein bisschen in Deckung zu bringen. Irgendwo ist gerade schon wieder Schießerei. Ich gucke quasi drauf zu, aber ich sehe es nicht. Hier war das gerade irgendwo. Da ist er doch. Ich ziehe ihn jetzt. Er war doch gerade noch da. Ist er den erwischt? Wo ist er denn hin? Hockt er jetzt dahinter oder was? Der Typ. Aber ich nachladen musste. So ein Ärger. Der war doch gerade noch da. Das kann doch nicht sein. Wo ist er denn hin? Der muss doch da irgendwo sein, Leute. Irgendwo muss er doch rumlungern. 18 Leben noch. Gar nicht mehr so viele. Kommt schon wieder ein Auto. Da vorne. Der zieht uns. Oh, oh, oh. Wir werden gesehen. Wo kam es her? Da kam es her. Aus dem Hau... Da. Easy, easy, easy. Kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Aber wo ist der Typ, der hinter der Karre saß? Der ist weg. Keine Ahnung. Wo er hingegangen ist. Vielleicht war es ein Bot und der ist despawned oder so. Ich weiß es nicht. Kann ich euch nichts zu sagen. Auf jeden Fall. Sechster Kill jetzt. 17 Leben noch. Das ist doch fürs Handy-Display schon mal eine ganz gute Ausbeute. Finde ich. Ja. Die Frage ist, wo sie alle jetzt sind. Wir gehen trotzdem mal ein bisschen weiter Richtung Mitte. Oh, 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 oh. Von da. Von da kommt es. Da. Einen, ja, okay. Einen noch erwischt. Wir wurden selber gekillt. Von da konnte ich jetzt nichts machen. Das haben mich jetzt zwei Leute quasi eingekesselt. Aber gut, immerhin 17. Von 99. Kermit Leben. Ja, ging gerade nicht anders. Ich kann ja nicht zwei Leute gleichzeitig abknallen mit dem Handy-Display. Aber gut, das passiert. Ja, da wären wir durch. Danke fürs Zugucken. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.